Okay, noch mehr Dschungel, das sollte mit. Muss da jetzt irgendwo das Dorf kommen? Also noch ein Stückchen, okay. Noch ein Stückchen. Ich muss manchmal langsam um neue Musik kümmern, glaube ich. Es ist echt schwierig, ich will ja immer keine Probleme haben mit, was weiß ich, Copyright, was weiß ich, GEMA, der ganze Kack da. Darum muss ich immer auf YouTube suchen, nach Leuten, die das kostenlos für mich, für andere anbieten. Also das kostenlos auf YouTube benutzen da. Sofern man es natürlich erwähnt, ich erwähne ja immer schön nett in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch den Link finden zu dem Macher der ganzen Musik hier. und auf seinen Kanal auch mal vorbeischauen. So, da haben wir das Gewächshaus, schauen wir mal, hau um den Dreck hier, alles Unkraut. Nein, 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 nein und das war es gut das war es ja das war es genau so jetzt können wir noch das gewächshaus aufbauen aber erst mal ja nach hause das muss ja nach hause fliegen klar ach gehen wir doch hin einfach hier rüber das sind eigentlich schon schicke boll-medaillen blauen da ne ich finde ich nicht dass das wirklich in den dschungel passen aber ok naja was soll man sagen na gut wir haben es bald gleich irgendwie da haben wir schon den komischen tempel von dem anderen dorf und dann sind wir quasi schon wieder da ein bisschen schneller fliegen würde ich auch schön da unten das ausbüten na ich finde das jetzt nicht aus keine lust so da sind wir schon wieder alles schon eindrucksvoll aus das haus will aska noch fertig bei uns hat sie mir versprochen und das macht sie noch ich bin gespannt wann wird schon passieren so genau das ernt jetzt nicht das durch euch jetzt nicht an da könnten wir doch eigentlich mal eigentlich könnte ich doch was dings hinstellen müssen wir gucken alles voll ne ja hier lapende einmal und da einmal und da und da meine kartoffeln gelandet hier ist meine kartoffeln meine schöne kartoffeln alles klar so weg 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 ich habe das buch doch schon alles draußen stehen oder nicht natürlich hier analysieren bitte mal 625 276 das ist schon mal gut du bist schon mal schlecht und du bist 276 du bist unser bester kandidat hier gut 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 dann nehmen wir dich auch die ganzen sie jetzt kümmere ich mich dann später nicht jetzt nicht heute so ok jetzt baue ich das ding hier noch auf halt da ist noch was weg das liegt damit kann ich wegschmeißen oder genug ich muss echt gucken ich denke die sammeln sowieso alle bis auf eine im müll landen ich muss mal gucken wie sieht dann die sonne unter ok aber wo packe ich das gewächshaus hin dieses feld hier ich bin überlegen ob es überhaupt bleibt ich bin überlegen ob es überhaupt bleiben wird naja gut man kann ja immer umbauen und dinge tun und alles ändern das ist noch zu überlegen hier ist ein brunnen die bäume kommen sowieso alle weg das ist ja nur für die holzburg schon gewesen dann kann man hier in die mitte vielleicht noch einen platz bauen dann geht hier noch eine scheune vorbei dann wird das wohl hier hinkommen das ist doch eine gute sache oder ich habe meine kiste vergessen eine kiste 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 zack ja weg 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 du bleibst, mal ausleeren eben, zack, zack, so, dann, ja, ok, gucken wir mal, gucken wir mal, ähm, ich denke, wir machen das, abschließend mit dem Feld hier, ja doch, die Maschine kann ich auch da hinten hinsetzen, ja doch, doch, das, gut, machen wir so, oder da hin, würde auch passen, ähm, ihr gib mir mal, das Advanced, also, ich meine, neun mal neu, nicht mehr gucken, ich weiß, wenn es gleich erfahren, ne, so, 1, 2, 3, 4, dann würde es bis hier hingehen, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, und um 2 breiter 3 breite 2 breit dann krass und dann darf gewächshaus kommen 1 2 3 4 so gut dann haut es ja hin so hier sieht man jetzt co2 sauerstoff je höher der co2 ist desto schneller wachsen die dinge da fällt mir noch was anderes ein ja ich fühle mich voll da spannend ich weiß tut mir ja leid euch vergessen dauernd sachen ich werde euch alles aufstellen und zwar gaslaterne laterne macht man fackel und reden vor ok fach mannermann steck fackeln 1 deck von diesem ich übertreibe mich ein bisschen kalkulator der mit energie dass das ergibt die laternen 4 4 4 gas laternen die sind ganz hübsch da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen dekorieren und jetzt kohle 1 2 3 4 stecks kohle ok jetzt kommt hier rein man kann hier holzstämme rein tun sogar beliebig welche holzstämme also jede und jede art von treppen könnt ihr hier reinstecken das muss nicht das sein es kann auch andere treppen sein steindreppen was ihr wollt glas genauso könnt ihr auch jedes glas benutzen was ihr möchtet und auch genau jede holzplanken die ihr möchtet so energiequelle könnt ihr entweder denke ich mal von außen machen aber beim aufbauen meckert der sonst darum noch am anfang am besten so energie ist voll so und jetzt müsst ihr quasi nur noch schiften also schleichen und recht klicken und schon wird das ding hier gebaut zack 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 ruck zuck geht das hier flop 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 und dann noch in treppen wunderbar zack fällt fertig so input und output ist soviel ich weiß hier hinten dran einfach so die reste kann man jetzt rausholen die brauchen wir jetzt nicht mehr alles was produziert wird landet hier in dieser kiste und ich habe schon wieder was vergessen zu holen aber das macht ja nix wir gehen einfach nochmal zurück das machen wir das ding nochmal voll so auf jeden Fall sehen wir jetzt das gewächshaus hier stehen wir werden wahrscheinlich mehrere haben